Herzlich Willkommen zurück hier beim Pro Cycling Manager! Yeah! Okay, es geht wieder. Wir sind zurück in der nächsten Aufnahme. Ich freue mich wieder hier zu sein. Zwei Etappen der Malaysia Rundfahrt warten ja noch. Ich muss sie mir gerade mal anschauen. Zwei flache Etappen war das, ne? Einmal komplett flach, einmal mehr oder weniger flach. Das passt. Kudos ist unser Mann in der Gesamtwertung, den es weiterhin zu schützen gilt. Nein, Padilla, du bist nur der Helfer für ihn. Reguigui, dessen Sieg wir leider nicht sehen konnten. Stimmt, ich wollte euch noch zeigen, dass es auch wirklich ein Sieg war. Also leider Gottes ist ja da die Videospur irgendwie kaputt gegangen. Respektive, ich habe es einfach verkackt. Welche Etappe waren das? Die hier. Yusuf Reguigui Erster. Also ihr seht es auf Etappe 7 haben wir tatsächlich per Solo-Ritt gewonnen. Ich habe euch da nicht angelogen. Ah, angelogen. Tickler Heimenode kam noch auf Rang 10 im Sprint. Also auch das kein schlechtes Resultat. Er ist auch, glaube ich, eher, ja, er ist eher irgendwie, ich sag mal ein Allrounder. Ja, heute also die neunte Etappe, der Malaysia-Rundfahrt. Jetzt habe ich einfach die Strategie vergessen, aber es macht sowieso nichts. Kudos ist unser Mann, den wir beschützen wollen. Den wollen wir im gelben Trikot behalten. So, was wir jetzt gerade mal machen, ist alle nach vorne schicken. Das kennt ihr ja bereits. Ich habe gerade einen Frosch im Hals, tut mir leid. Der liebe Luis hat mir erzählt, wie der Name wohl ausgesprochen wird. Aber ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Ja, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall nicht. Poggete? Poggete? Keine Ahnung. Wir starten mal in dieses Rennen. In die heutige neunte Etappe. In die vorletzte Etappe der Malaysia-Rundfahrt. Kudos in gelb. Und lasst euch nicht blenden, Sarah Motins ist Zweiter in der Bergwettung. Hier unten steht es auch nochmal. Der einzige Grund, warum er in dem Trikot fährt, ist, weil Kudos ja schon das gelbe trägt. Alter, ich kann heute echt nicht reden. Ich soll es lassen. So, dann machen wir hier mal 70 Einsatz. Und so, Walter Wippert, hier mein absoluter Held aus einer Single-Play-Karriere. Nicht-Let's-Play. Ach, Mann, ey. Ich kann echt nicht reden heute. Die ersten Angriffe gibt es. Wir werden natürlich wieder mal warten, bis sich eine Gruppe abgesetzt hat, bevor wir da wirklich eingreifen. Tikka Heimer-Node lassen wir heute mal ein bisschen arbeiten. Er ist zwar Fünfter in der Gesamtheitung. Es würde mir unglaublich wehtun, ihn jetzt zu verheizen. Aber wir gucken mal. Also, wen haben wir hier vorne? Wir haben hier einmal Erichiv, der 31-Minuten-Rückstand hat. Wir haben hier 32-Minuten-Rückstand von Sikol. Wir haben Grisou mit 34 Sekunden und 36-Minuten. 30 Minuten, 17 Minuten, 20 Minuten. Also, 17 Minuten wäre jetzt hier das Nonplusultra, was wir halten müssen. Das ist machbar auf jeden Fall. Das ist sogar mehr als machbar. Also, das dürfte eigentlich gar kein Problem darstellen, 17 Minuten zu wahren. Also, Jesus Hernandez aus der Spitzengruppe vom Team Saxo Bank, Saxo Tinkoff Bank, wie sie ja jetzt mittlerweile heißen, ist der Bestplatzierte in der Gesamtwertung. Er hat einen Rückstand von 17 Minuten auf Mehabi Kudus. Und, ja, dementsprechend sollten wir schauen, dass die Ausreißer also nicht mehr als 17 Minuten Vorsprung auf uns herausholen. Und, das ist, wie gesagt, also, das dürfte eigentlich gar kein Ding sein. Und, äh, so gesehen fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Momentan sind es zweieinhalb Minuten. Da kann man jetzt wunderbar etwas simulieren. Also, die Sprintwertung, um das nochmal klar zu sagen. Klar, ähm, alter. Die Sprintwertung mit Regulgul zu gewinnen ist ein tolles Ziel. Auch vielleicht noch eine Etappe mitzunehmen mit Regulgul wäre super. Wenn das eigentlich nicht klappen sollte, dann ist es halt so. Also, ja, ich werde da jetzt nicht um jeden Preis versuchen, ähm, die Ausreißer einzuholen. Unser erstes Ziel ist es, die Rundfahrt zu gewinnen. Und dazu haben wir die besten Voraussetzungen. Wir brauchen aber alle Kräfte auf jeden Fall, um das gelbe Trikot zu verteidigen. Und deshalb versuchen wir jetzt nicht mehr als das. Wenn die Ausreißer von den Sprinter-Teams, von den anderen Teams, von, von Hummel oder von Petit oder wer hier alles mit dabei ist, eingeholt werden, ist das gut. Dann versuchen wir natürlich auch im Sprint was zu reißen. Wenn dem nicht so ist, dann ist es allerdings auch nicht schlimm. So ist die Marschrichtung. Denn wie gesagt, ähm, der erste und zweite Platz in der Gesamtheitung wiegt mehr als jeder Etappensieg. Das muss man einfach so sagen. Okay, es sind immer noch zwei Minuten, etwas mehr als zwei Minuten Vorsprung für die Ausreißer an der Spitze. Für die sieben Mannen. Und so langsam aber sicher macht tatsächlich das Feld jetzt auch die Aufholjagd. Mit den Mannschaften Oika Greenedge, Kaka Rural und Androni, Giagladroni, Giagladroni, Giagladroni. Ähm, ja. Ja. Ist halt so, ne? Äh, bin ich wieder auf online? Nicht, dass mich gleich der Biertrinker anschreibt. Okay, der ist nicht online. Das ist schön. Der Biertrinker ist nicht online, dann haben wir Glück gehabt. Ähm, dann passt das. Ich denke mal der Rest. Ja, danke Elisa. Vielen Dank. Danke dafür. Oh man, ich denke mir noch so. Manchmal ist es wirklich besser zu handeln und nicht zu viel zu denken. Okay, Robert Förster ist hier mit dabei. 16 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Die Ausreise haben nur noch 52 Sekunden Vorsprung. Es ist also tatsächlich möglich, ja es ist sogar mehr als möglich, dass es hier eine Sprintankunft geben wird. Ich versuche natürlich hier wieder mit dem guten alten Reguigui voll reinzuhalten, so wie wir das eben schon immer getan haben. Wir hängen uns mal an Ken Hansen. Hansen oder an Lasker. An Lasker können wir uns auch mal hängen. Wir hängen uns mal erstmal an Lasker. Den Mann von Gacha Rural. Wo sind die Ausreißer? Schauen wir mal. Die Gruppe fährt hier vorne. Und hier kommt das Feld. Also wirklich viel Vorsprung ist es nicht. Man hat sie schon im Blick. Wird wahrscheinlich gleich ein paar Verzweiflungsangriffe geben aus der Spitzengruppe heraus, so wie man das eben kennt. Aber nichts, was man wirklich jetzt ernst nehmen müsste. Ich versuche mich dennoch mal an Hansen zu hängen. Das wäre super, wenn das klappen würde, aber ich glaube, Elminger versucht dieses Hinterrad auch gerade zu halten. Mal schauen, mal schauen. Hausen. Wer ist denn Hausen? Upsa. Hausen? Alter! Hausen! Okay, okay, es ist kein Sprinter. Van Hummel hätten wir noch im Angebot. Das Hinterrad von Van Hummel. Das ist natürlich auch reizvoll. Versuchen wir das mal zu erhaschen. Bohle haben wir hier. Muisawa. Elmiger. Örkun. Akind. Örkun. Wollen wir uns mal an Örkun hängen? Na gut, wir versuchen mal das Hinterrad von Bohle zu bekommen. Laskar fährt nach vorne. Auch nicht schlecht. Nicht von Bohle, von Van Hummel. Sorry, jetzt verwirre mich schon selbst, ey. Mein dumm Geschwärzer. Wir hängen uns mal an Hansen, weil sich hier gerade die Lücke auftut. Komm, Regulgul, gib mal etwas Gas. Ja, kostet jetzt halt Kraft. Kostet jetzt halt Kraft, ne? Dann hänge ich mal am Petit. Den wird das jetzt hier auch Kraft kosten. Drei Kilometer sind es nur noch. Ich glaube nicht. Ah, das mit der Ausreißergruppe wird nochmal extrem eng auf jeden Fall. Regulgul hat jetzt schon einen sehr, sehr hohen Puls. Das kostet jetzt extrem viel Kraft bereits. Mit dem Tagessieg wird das hier nichts mehr. Das sage ich jetzt schon. Und dann wollen wir mal anfangen zu sprinten. Laporte führt und wird diese Etappe wohl gewinnen. Laporte vom Team Kofidis. Zweiter wird nicht Hernandez, sondern Albazini. So wie es aussieht. Und wo sind wir? Oh Gott, wir kommen ja ganz, ganz weit hinten erst. Na ja. Vielleicht Top Ten noch. Vielleicht aber auch nur. Das war nicht berühmt. Regulgul hat viel Kräfte gelassen, um überhaupt da in den Sprint mit reinzukommen. Nein, kein Top Ten Platz. Aber ich denke mal, ansonsten hat sich hier nichts getan. In Sachen Gesamtwertung schon gar nicht. Und dementsprechend schauen wir einfach mal. Hier der Angriff nochmal früh im Rennen. Oder auch nicht. Da kommt der erste Angriff. Laporte war einer der ersten, die gekontert haben. Ah, so gesehen war er sogar einer der... Ja, davon war schon eine Gruppe. Okay. Laporte hier mit seinem Fluchtversuch. Und der hat ja bis zum Erfolg sogar gehalten. Obwohl die Sprinter-Teams eigentlich alles im Griff hatten, haben sie es doch noch verkackt. Kaum zu glauben, aber wahr. Und so kann Laporte einen Solo-Sieg feiern. Wir gehen weiter zur Siegerehrung, auch wenn ich schon gehört habe, dass das langweilig ist. Was soll's. Laporte gewinnt vor Albersini. Van Hummel, Hernández und Sikol. In der Gesamtwertung bleibt alles unverändert. Kudus führt vor Padilla, Yates, Tarame und Tekle Haimanot. In der Sprintwertung kann Albersini uns das Trikot abnehmen. Da hat sich also doch was geändert. Zweiter jetzt Reguigui. Dritter, Lasker. Vierter Van Hummel. Fünfter, Irkun. Auf Rang 6 ist Kudus. In der Bergwertung. Weiterhin Kudus vor, Saramotins und Grichalba. Zehnter, Tekle Haimanot. Sechster, Padilla. In der Nachwuchswertung führt Kudus souverän vor Yates und McCarthy. Ich denke, da wird sich auch nichts mehr tun. Und in der Teamwertung führen wir mit einer halben Stunde beinahe vor Waschia Bike. Ja, das war auch schon die neunte Etappe der Malaysia-Rundfahrt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dreizehnter sind wir letzten Endes geworden. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Wie gesagt, es tut mir etwas leid, wenn die jetzigen Etappen nicht ganz so spannend sind. Aber es ist halt leider so. Eine Etappe kommt noch. Eine Etappe kommt noch. Der Malaysia-Rundfahrt komplett flach. Und die Klassiker Bianche oder auch die Strade Bianche wird jetzt gefahren. Die wird wahrscheinlich noch sich dazwischen mogeln wollen. Aber ich werde das wahrscheinlich dann mal so zusammenschneiden, dass Bianche nach Malaysia-Rundfahrt kommt. Und dann geht es auch schon zu Paris-Nitzer. Ja, es bleibt spannend. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dann!